Herzlich Willkommen zurück zu einer Let's Play Factorio, weiterhin hier mit meiner Wenigkeit Glabur. So, da dann der hin, dann brauchen wir nochmal Strom. Und dazu benötigen wir dann... Ach Quatsch. Ne. Und ein bisschen lang, würde ich sagen. Und dazu nehmen wir dann einfach so ein. Und auch wieder eine durselige Kiste. Kiste, bumm. Und bitte nochmal Strom. Vielleicht auch mehr. Und das reicht, Leute. Mehr muss ich hier einfach nicht machen. Haben wir die erste Sache komplett erledigt. Hier oben ist sowieso schon wieder Stillstand. Und jetzt haben wir die ersten vier Stück. Können wir uns jetzt auch mal angucken, wie die... Ob das wirklich viel besser geht. Mal hoffen. Wo ist es denn wichtig? Meistens bei Stahl. Oder Zahnräder. Hier zum Beispiel würde ich schon fast sagen, ist es wichtig. Das sind noch nur vier Stück. Kümmern wir mal noch einen. Ein, zwei, drei, vier, fünf. Hä? Ah ja, gut, okay. Wird wohl so sein. Ach, ich hatte noch welche aufgesammelt. Ja, ja, ja. Beispiel hier. Ah, ich komme weg. Können wir das nämlich auch schon mal machen. Und dann können wir nämlich jetzt hier beigehen. Batman! So. Geht nicht, guck. Ah! Jetzt habe ich es. Alles klar, ich habe es verstanden. Alles klar. Jetzt muss ich so beigehen. Alles klar. Alles klar. Upsa. Hey. Da habe ich es falsch gemacht. Ich habe es. Ich habe es dediciert. Das bauen wir jetzt mal gleich anders hier. In ganz vielen Kurven ist doch Bullshit. So, 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 dann nach oben, so, so. Ungewohnt jetzt so zu machen, aber gewöhnt man sich. Hier machen wir das auch noch. Ach ne, da fehlt uns noch ein Stückchen. Sehr schön. Mann, diese überall, diese langsamen Bänder, ne? Ich muss eigentlich wirklich komplett austauschen. Okay. So. So, so. Hey. So, bitte. Danke. So war das aber nicht geplant, doch. Hey. So. Scheiße, ich boah jetzt einen dummen Fehler nacheinander. Blub, 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 blub. Aufgeräumt, fertig, weiter geht's. So. Oh. Boah. Boah. Diese auf den Laufbändern laufend, da kriege ich wirklich die Pimpernellen bei. So. Okay. So. 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 Das ist jetzt ungewohnt, weil es funktioniert. So. Nein. So. Nein, so lassen. Oh, ey. So. Ach so. Kann ja auch nicht funktionieren. Danke. Ich komme von da, 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 da. Ich weiß, ich kann das auch so machen, aber weil ich noch so leichte Probleme damit habe, möchte ich da jetzt keine Scheiße haben. Zack. Geht nämlich. Muss ich das nämlich so machen. So. Und schon fertig. Das ist so simpel. Dann haben wir hier mal wieder ein paar Bänder ausgetauscht. Oh. Scheiße. Äh, das müssen wir auch nochmal machen. Ganz wichtig eigentlich. Gleich Vollspeed, die roten. Gut, dann können wir uns jetzt noch hier ein paar Peilers holen. Hier wird auf jeden Fall fleißig malocht. Ja. Hier ein 50 Stück. Also, ich glaube, da brauche ich mich wohl nicht beschweren, geschweige irgendwas anderes. Die roten Bänder mal wieder loswerden. Zack. 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 Sehr schön. Wie viel blauer haben wir noch? Dann nehmen wir uns nochmal zwei Stacks mit. So. Dankeschön. So. Und jetzt haben wir die Teiler. Blicke ich mir jetzt noch auf eins. Da hin. So. Jetzt sollen wir mal anfangen, oben an den Erz vorkommen, das zuerst zu machen. Ich weiß, da müssen jetzt auch noch die blauen Bänder rein. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Zack. Da haben wir keine. Da haben wir das auch. Ah, da oben. Mir ist es einfach wichtig, dass wir jetzt so langsam etwas ändern. Zack. Hauptsache, es bringt auch wirklich was. Das hat mir jetzt meinen ganzen Plan hier für die ganzen Dinge geändert. Hier oben läuft unser Ersatzkraftwerk, was wir immer nebenbei benötigen. Tippe, tappe, hühnerkacke, tipp, tapp, tipp, tapp. Zack. So, Entschuldigung. Ich bin weggelaufen vor euch. Ja, tut mir doch leid. Nicht. Ja, ich würde sagen, den ersten wichtigsten Stellen haben wir ausgetauscht. Was hier geht aber... Gott. Hey. Das ist mies, wenn das lautet. Förderband dann auf einmal... Ich schlag jetzt mal einen anderen Weg ein, Mutti. So. Ja, das haben wir nämlich schon komplett gemacht. Hier oben auch. Nämlich schon ein Unterschied, ob das so läuft oder so läuft. Wie läuft es hier? Da ist rot mitswischen. Guckt mal. Kann es auch gar nicht richtig laufen. Was für ein Unterschied, ne? Was für ein Unterschied. Super gut. Äh, wo sind meine Ränder? Hier ist auch noch alles rot, oder was? Hier kann ich doch schon alles komplett blau machen. Das ist doch eh für meinen Bahnhof. Das muss hier rein, Leute. Nur mal so zur Info. Das war eigentlich zu viel. So. Läuft das nämlich auch komplett in blau. Da hinten haben wir noch einen Teiler. So. Leer. 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 Leer läuft nicht. Äh. Auch leer. Mein Gott. Äh. Blaue Teiler. Ja. Bleah. Da. Ach. Blauen. Überall wo ich jetzt rote sehe, wird jetzt erstmal ausgebessert. Wo waren wir noch? Mein Gott, wie viele verbaut man denn hier? Das ist ja der Wahnsinn. Nein, falsch rum gemacht. Und jetzt, alles klar. Zwei, eins, zack. Ich denke, die meisten, die jetzt wichtig sind, haben wir erstmal. Den Rest machen wir so nach und nach, wie wir dann sehen. Hier unten zum Beispiel. Wir müssten auch überall eigentlich alle Bänder jetzt nachlaufen. Komplett. Also, ja. Weil hier ist zum Beispiel voll die Bremse drin. Also, da müsste ich jetzt normalerweise wieder beigehen und blau. Wir müssen das eigentlich alles ausbessern. Komplett. Ah, das schafft sie. Okay. 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 им. Okay. Können wir das auch schon mal hinnehmen? So. Müsste ich aber hier oben das Band suchen. Hier. Nein. Da kann schon mal der andere Teiler rein. Mein Gott Leute, das nimmt echt kein Ende. Das ist echt der Wahnsinn. So und jetzt muss ich hier. Stopp. So. Da ist zwar jetzt eine Bremse wegen dem roten Tunnel, aber ab hier läuft es dann ja wieder. Zack, viel schneller. Nein, so. Und jetzt runter. Tunnel. So. Der muss dann so. Ah. Ah, ah, ah. Auf diese Bänder kommst du, Alter. Dann geht das so ab. Der muss so. Der muss so. Der muss so. Der muss so. So. Der muss dann. So. Und der muss dann so. Warte schön. Ich kommst. So. Hier haben wir nämlich schon blau gemacht. Ja, daran sieht man einfach mal. Okay. Manches habe ich gemacht. Manches habe ich nicht getan. Oder geändert. Hier kommt nämlich auch noch Kupfer. Alles in Rot. Das ist nicht gut. Kupfer darf nicht auf roten Band mehr laufen. Das ist. Das ist ein absolutes No-Go. Ganz klar. Ich werde nie fertig mit meinem Bahnhof. Weil ich immer irgendwelche Sachen noch beenden muss. Weil ich wieder überall Baustellen habe. Dieses Prinzip, was ich in jedem Bauspiel habe. Aber nicht so geplant, mein Freund. Da muss es lang, ne? So. Hör doch auf, dann schief zu laufen. Ich gebe mir natürlich ein Band. Ach. So. Keine Bänder mehr. Das hat ja mal nur bis zum Schluss nicht gereicht. Er leckt mich fett. Na, hier kommen jetzt viel zu wenig rote Mikrochips an. Ich hätte den hier anders setzen müssen. Okay, okay. Das ändern wir mal gerade. Der weg. Der weg. Du musst... ...da hin. Und du musst dafür da hin. So. Ein bisschen tiefer. Du kannst dann so. Und du legst dann... So. Dann kannst du mal erstmal ein bisschen arbeiten. Sehr schön. Brauchen wir wieder ein paar... ...da von. Dann hätte ich gerne... ...beiden. Wo ich einfach die roten, die ich jetzt ausgetauscht habe, wirklich... ...da in die Kiste packe. Weil die kann ich ja nicht ständig mit mir rumschleppen. Funktioniert ja nicht. So. Ja, sieht bis jetzt alles. Wir sollten vielleicht einmal auf die Seite Kontrolle gerade machen. Sieht bis jetzt ziemlich gut aus. Jetzt wird auch wieder Materialien in dem Sinne durchgehauen. Hier kommt immer noch nicht genug. Vielleicht sollte ich echt mal aufhören zu forschen. Dass wir mal wieder rote Bänder vorlaufen können. Ja, laufen wir auch mal hier lang. Er soll jetzt einmal hier alles komplett reparieren. Hier unten haben wir auch nicht viele Lasergeschütztürme hingestellt. Wo wir bemerkt. Schreibt ein. Danke, Ladies. Sieht alles ziemlich gut aus. Jetzt müssen wir noch die Tunnels bauen in Rot. Ja. Hier sieht man. Nicht voll. Der ist schon wieder voll. Die sind voll. Ja, gut. Es darf einfach nicht volllaufen, Leute. Es muss die ganze Zeit durcharbeiten. Sonst läuft das wieder voll. Und dann kriegen wir hier nichts. Und bla und Sülz. Und dann kriegen wir keine Produktion. Und bla 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 bla. Einfach laufen lassen. Wird schon irgendwann ausgehen. Ich habe ich letztes Mal schon gesehen. Ach du Scheiße. Was ging denn hier ab? Oh, alles klar. Ich habe es gesehen. Meine Freunde. Wie geht es euch? Ich habe es euch. Ich habe gedacht, ich hätte noch ein paar Granaten. Oh, ich habe gar keine Granaten. Wie schnell produzieren die? Die machen ja mehr Babys als alle anderen. Wie soll ich das mal an? Moody. Ja. Kleines Geschütz. Das sind ja 200 Schuss rum drauf, Ladies. Wie geht es? Hä? Ein Krieg hier. Kriegen sie. Oh. Keine Fotze. Jetzt wenn ich es ger... Ich lebe auch noch. Na ja, ihr kriegt jetzt Stroh. So. Ding. Hehehe. Ich bin schon so ein Arsch. Oh, Leute. Dann geht es gleich los mit unserem Bahnhof endlich mal. Da habe ich keine Steine mehr. Da habe ich noch Mauern. Ich mache da jetzt einfach nur so eine drum. Es ist einfach nur... Zur Sicherheit kommen die da hin. So. Fertig. Das war's. Achso, wir wollten hier oben einmal lang gehen und einmal... nach dem Rechten sehen. Einmal reparieren alles und dann soll das ganz okay sein. Ich sage auch wieder vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss.